hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge aga.io oder auch agario heute spielen wir ein eil spiel so hier geht es auch schon direkt los es ist ganz einfach wir müssen versuchen am ende der runde in der top 10 liste zu sein also dass wir halt mindestens 10. platz sind das ganze habe ich schon ein paar mal geschafft manchmal auch nur ganz knapp aber ich muss halt einfach sagen dass es mir ultra spaß macht da es einfach so cool ist zu versuchen in diese top 10 liste zu kommen ich weiß auch nicht warum es so viel spaß macht hier müssen wir ganz schnell weg falls ihr euch wundert was diese magnet dinger sind das ist auch nicht immer im spiel also es irgendwie jede woche was anderes die sache die dann immer im spiel ist die liegt dann halt da irgendwo rum die kann man halt einsammeln dieses mal ist es halt so ein magnet der halt macht dass man die sachen schneller ansaugt das andere was ich bis jetzt gesehen habe war so ein osterhase der war halt dann nur ganz normales essen mehr nicht und die roten dinger sind hier in diesem modus genauso wie die grünen in dem anderen da hinten geht es richtig zur sache oh oh wir mussten uns teilen sonst hätte er uns gegessen glaube ich komplett ich glaube er hätte uns komplett gegessen ich hatte angst und einer kommt der nächste und der andere auch noch nein nur weil der eine saum geiern war mussten wenn wir dafür drauf gehen falls noch nicht erwähnt ist es also wenn man es dann schafft in die top 10 zu kommen bekommt man so einen trank der gibt einem irgendwie geldwährung und noch so eine andere währung die es halt hier gibt was wollen die denn alle hier das war schlecht gemacht als ob der uns als ob der riese sich für uns teilt das ist schon mal ein kleiner boost für den anfang jetzt müssen wir uns aber ein bisschen ran halten wir haben nicht mehr so viel zeit bmd nein nein ich wollte ich habe gerade noch auf teilen gedrückt schade wie groß wir durch ihn geworden sind aber leider war da noch ein anderer tief am schimmeln so nach einer minute das wird kritisch schade dass er hier nicht rein gekommen ist in das rote ding ich bin hier nicht ich gehöre nicht dazu damit nichts zu tun oh ja alter sind wir gerade fett geworden so jetzt nur noch durchhalten so kann sich das blatt noch hier ändern das war schon echt krass war das riskant nein sonst nicht wir sind gerade am ende noch geplatzt aber trotzdem platzi meiner meinung nach trotzdem der beste modus wie ihr seht ich habe jetzt hier so einen drang dazu bekommen aber man kann immer nur drei haben man kriegt glaube ich auch schon viel früher einen in die top 60 vielleicht ist damit der bitte royal gemeint also ist das theoretisch noch einfacher aber meiner meinung nach macht der alt spielbonus einfach am meisten spaß wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like da unten abo ciao und bis zum nächsten mal abonniere